Hallo, liebe Kinder und Interneter und herzlich Willkommen bei einem neuen Format auf diesem Channel. Ich hab mir gedacht, okay, nur Minecraft ist langweilig, machen wir doch einfach noch ein bisschen was anderes, wie wir jetzt mit Minecraft. Doof, ne? Nee, eigentlich wollte ich ein richtig geiles Horrorspiel raussuchen, aber hab mir gedacht, den gibt's ja alle schon im Internet. Deswegen machen wir was, was es noch viel, viel mehr im Internet gibt und machen noch mehr Minecraft. Und wir gucken mal, ich wollte eigentlich mal so eine Runde Skywars machen. Ich hab das noch nie gespielt. Also einmal ganz kurz irgendwo im Stream, Solo, hier, komm. Und ich möchte einfach mal richtig verkacken. Also so richtig. Und wir gucken uns das mal an. Ich weiß nicht, wie das geht. Es wird, glaube ich, richtig lustig. Also man muss, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, muss man sich rüberbauen, ne? Zu dem anderen und den dann auf Maul haben. Geht das schon los? So, haha, herzlich willkommen. Äh, wenn mich nicht alles täuscht, muss man hier Kisten looten. Da haben wir einer. Komm, 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 komm. Gib mir, ah, guck mal hier. Gleich eine Angel, sehr gut. Schneeball, ich glaub, das ist alles Gutes equippt. Wir gucken uns, oh, das Hähnchen hat mich aber erschreckt. Hi. Ein Apfel haben wir und Gold. Aber einen Goldapfel können wir uns, glaube ich, noch nicht machen, ne? Das ist ja, hey, 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 was machst du denn schon hier? Was war das? Was viele ja nicht wissen, ich bin gefühlt 100.000 Jahre alt und für mich ist das hier alles viel zu schnell. Die ganzen Kiddies, die wissen, wo der Hase die Locken hat und den Frosch die Öhrchen zieht, ne? Und ich sitze hier und denke mir, ach du Kacke. Wieso geht das so schnell vorhanden bei denen? Guck mal, ich hab da ein Holzschwert. Neben mir scheint jemand zu sein. Die Frage ist, guck mal, das ist doch hier jetzt mein Hut. Wieso hab ich hier nur eine Kiste? Also nur eine. Ich hab ja nichts gesagt. Ach, guck mal, hier geht das weiter runter. Alles klar. Boah, da sind sogar Dias am Start. Ich glaub, die kriegen wir, oder? Haben wir ne Hacke? Ne. Scheiße. Ohne Hacke ist doof. So, was haben wir hier? Schusssicher 2, Schutz 1. Immer nochmal Schutz 1 lieber. So, dann bauen wir uns mal ganz schnell einen Ofen. Macht man sowas? Ich weiß das nicht. Ist das cool, was ich hier gerade... Ich hab doch Eisen. Ich bin so ein Horschi. Warte mal. Scheiße. Gib mir das Holz schnell. So, pass auf. Wir machen hier einmal ganz schnell Sticks draus. So. Machen hier einmal so ne Eisenhacke. Wieso sagt mir das denn keiner? Und ganz schnell mal so ein Eisenschwert. Und dann sind wir hier cool unterwegs. Dann sind wir barbomäßig am Start. So, pass auf. Dann holen wir... Wieso sagt mir das denn? Ne. Uh, das war close. Hier, gib mir mal die Dias, bitte. So, dann machen wir uns doch mal ganz schnell ein Dias-Schwertchen. Mann, das kann man mir auch mal sagen, dass man hier sowas hat. Menschenskinder. So. Pass mal auf. Da hätten wir ne Eiswitsch. Auwe. Auwe. Der tötet mich. Nee. Der hat mich tot gemacht. Jetzt hat er mein Dias-Schwert. La, 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 la. Ich warte, dass genug Leute hier auf dem Server sind. Na, das ging ja grad nochmal gut. So, dann gucken wir nochmal, wo hier die Kistis sind. Das ist ne Werkbank, ne? Ich kenn mich doch nicht aus. Bitte krieg ich nen Noob-Bonus. Bitte verschoben mich doch. Ey, Entschuldigung. Ich muss grad ein bisschen aufstoßen. Das Spiel macht einem echt übel. Wie, die töten sich hier schon gegenseitig, oder was? Können wir denn mal aufhören? Ich hab ja noch gar nicht angefangen. Hier hätten wir mal ne Workbench. Aber, sag mal, hier muss es doch irgendwo ne zweite Truhe geben. Da war ein Gegner. Ich glaub, der ist runtergefallen. Was? Der wollte mich angreifen, glaub ich. Und dann ist er einfach runtergeplumpst, ne? Moin. Schau mal, ich mach dir den Weg frei. Du kannst gerne rumkommen. Ich bin mega scheiße gekwitzt. Aber, was? Nein. Ja, ich hab ihn getötet. Oh mein Gott. Jawoll. Kinder, es tut mir so leid. Ich hab den, glaub ich, umgebracht, ne? Sorry. Schau mal, es sind nur noch drei Leute da. Und, und. Ja, jetzt, den kleinen Kindern müssen wir jetzt natürlich mal zeigen, wer hier der Boss ist, ne? Alter, jetzt sind wir mal richtig gut equipped. Jetzt gibt's auch die Frise. Gehst du weg? Er lässt erst mal hier die Waffe fallen, oder was droppt er? Wieso droppt er? Ist er doof, oder was? Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee! Oh, shit. Aber wir sind Zweiter geworden. Geil. Na, großartig. Das war doch ne erfolgreiche Runde. Ich würd sagen, wenn euch das Format gefällt, einfach nur kurz in die Kommentare schreiben. Oder ein Däumchen dalassen. Und dann machen wir das weiter. Oha. Was ein Rumgenube. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Part. Ciao. Warte mal. Hier, das hab ich gelernt. Ja, hier. Cool. Na, ha, ha. Voll die kleinen Minecraft-Kiddies, Alter. Tschüss.